Die Energiewende, sie kriegt durch die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt eine neue Dynamik. Denn Energiesparen heißt jetzt erst recht auch Geld sparen. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, darum geht es unter anderem beim Klima- und Energiefestival am kommenden Samstag in Karlsruhe. Mit dabei ist das regionale Energienetzwerk Fokus Energie e.V. Und bei mir im Studio ist jetzt der Vorstandsvorsitzende Hans Hubschneider. Hallo, schön, dass Sie da sind, Herr Hubschneider. Grüß Sie sich, Frau Lange. Ein Festival. Bei Festival denke ich vor allem an Spaß, an Musik, an Essen. Jetzt ist das Thema Energiesparen eigentlich gar kein spaßiges Thema. Warum haben Sie das Festival genannt oder nennen Sie das Festival? Naja, die einfache Begründung ist, wir haben mit der Organisation im Januar angefangen. Nein, da war das noch ein bisschen mehr Festival-Gedanke. Aber die zweite Antwort kann durchaus sein, auch unsere ganzen Energie- und Klimathemen, die wir haben, muss man nicht unter dem Panikmodus sehen. Wir werden Strom haben im Winter und wir werden Gas haben im Winter. Es wird ökonomisch eng und wirtschaftlich eng und überall dort muss man unterstützen. Aber wir müssen nicht Panik machen. Und deswegen darf man, glauben wir, das Thema durchaus auch unter den positiven Gedanken angehen. Kreativität und spielerische Elemente, die wird es am Samstag auch geben. Können Sie ein Beispiel nennen? Ja, insbesondere alle Bürger, Bürgerinnen mit Kindern sollten an den Stand von Technica, Fischertechnik gehen. Dort zeigen wir, dort zeigen die Kinder, was man in der Schule heute machen kann mit Fischertechnik, mit Programmieren lernen, mit Photovoltaik einbinden, mit Lernen, wie Energie funktioniert und was der Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunden sind. Und kommen Sie und teilen Sie die Begeisterung der Kinder an der Stelle. Also es könnte durchaus Festivalstimmung ein bisschen aufkommen, trotz des ernsten Themas. Jetzt gibt es ja Ihr Netzwerk hier in Karlsruhe oder in der Region, nicht erst seit gestern, sondern glaube ich seit 2014 besteht das Netzwerk Fokus Energie. Und seitdem bemühen Sie sich um gemeinsame Anstrengungen für die Energiewende. Freut Sie das, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass das Thema jetzt durch die sehr, sage ich einmal, akute Situation auf dem Energiemarkt und den Sparzwang für jeden Einzelnen auch an Dynamik gewinnt und auch mehr Aufmerksamkeit bekommt? Also Freude ist vielleicht nicht ganz das richtige Stichwort, aber es wurde absolut Zeit, dass man ernst nimmt, was auf uns zukommt. Wir merken die Klimaänderungen ganz deutlich. Wir merken jetzt, dass wir in einer Energieumstellung, in Energieknappheit leben und wir müssen etwas tun. Und dieser Anstoß, etwas tun zu müssen, ist tatsächlich jetzt gut. Wir haben uns das nicht so gewünscht, aber es ist eigentlich schon der richtige Weg. Wir müssen sparen. Wir haben uns alle verpflichtet, unsere CO2-Fußabdruck zu verringern. Und das heißt, zu einem Teil weniger Energie verbrauchen und zum anderen Teil mehr erneuerbare Energie gewinnen. Und beides sind wichtige Themen auf dem Festival. Also es ist nicht nur feiern, sondern es ist mitmachen, es ist zeigen, es ist Fragen beantworten, es ist informieren, was geht und was kann man tun und was kann jeder Einzelne tun. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Viele Player greifen ja im Moment das Thema Energiesparen auf. Auch das Land Baden-Württemberg hat ja diese Cleverland-Kampagne jetzt mit praktischen Tipps zum Energiesparen. Aus Ihrer Erfahrung, wie kann man Menschen wirklich gut mit ins Boot holen? Nach meinem Empfinden ist das ja eine schmale Gratwanderung, dass die Menschen sich vielleicht auch bevormundet fühlen, wenn der Ministerpräsident Ihnen erzählt, sie sollen Waschlappen benutzen oder die Heizung nachts zudrehen. Ja, da kann man verschiedene Meinungen haben, aber unsere Meinung ist, mitmachen ist das Entscheidende. Vormachen, darüber reden und die Menschen dazuholen und zum Mitmachen holen. Das ist der eigentliche Punkt und deswegen Energie- und Klimafestival. Wunderbar, dann viel Erfolg am Samstag für die Veranstaltung und dass möglichst viele Menschen mitmachen und sich einbringen. Danke, Herr Hubschneider. Untertitelung des ZDF, 2020